Wir fordern einen 12-monatigen Tarifaufrund. Ege, warum bist du heute hier? Warum stehe ich heute hier? Esteban, ich stehe heute hier, weil in der dritten Tarifrunde die Forderung nicht erfüllt worden ist. Von 2,5 haben wir gekriegt und das wollen wir nicht. Wir wollen mehr und wir wollen zwölf Monate und fertig. Du lieber Kollege, warum bist du heute Morgen hier? Ich bin mit meinem Kollegen unterstützt. Ich bin mit dem anderen Flugblätter verteilt, dass er uns ein Kollege informieren kann, dass der Arbeitgeber uns ein schlechtes Angebot gemacht hat, wenn wir mehr wollen. Wir fordern einen Tarifabschluss für zwölf Monate.